Walking Lunges. Bei dieser Variante steigst du nach vorne. Schnapp dir dazu also das Gewicht, steig mit einem Bein nach vorne und leicht zur Seite raus. Das vergrößert deine Standfläche, wodurch du etwas stabiler wirst und immer eine bessere Balance bekommst. Anschließend steigst du mit einem Bein nach vorne, ziehst das andere nach und ziehst mit dem anderen wieder weiter nach vorne und so weiter und so fort. Untertitelung. BR 2018